Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Gestern Abend konnte ja Schalke das Top-Spiel in Liga 2 gewinnen. Ein 13-Heimerfolg gegen Dynamo Dresden. Es war ein stimmungsvolles Duell, ein gutes Fußballspiel. Aber es gab leider auch Ausschreitungen von den Gästefans. Das war ja durchaus zu erwarten. Einige Dresdner Fans haben sich als gewaltbereit schon angemeldet gehabt für dieses Spiel. Und so ist es dann am Ende auch teilweise gekommen. Denn es gab brutale Szenen im Stadion beim Spiel Schalke gegen Dynamo Dresden. Dynamo-Fans griffen in der Arena grundlos. Mehrere Ordner anprügelten, einen von ihnen sogar krankenhausreif. Zu Beginn des Spiels wurden fünf Ordner im Bereich des Gästeblocks verletzt. Einer von ihnen kam zu weiteren Ballungen in ein Krankenhaus. So die Gelsenkirchener Polizei. Nach dem Spiel griff beim Abmarsch-Doltras die Spezialeinheit BFE ein. Das ist die Beweis- und Festnahmeeinheit. Und überwältigte zwei Tatvernächtige aus Dresden. Die Männer wurden abgeführt, ihre Personalien festgestellt und Anzeigen geschrieben. Außerdem gab es noch ein paar Zusatzinformationen. Es war ja ein Hochrisikospiel. 5.000 bis 7.000 Dresdner Anhänger reisten wohl nach Gelsenkirchen. Viele davon wurden als gewaltbereit eingestuft. Und auch kurz nach der Ankunft gab es schon ersten Dynamo-Fans in Gelsenkirchen, wodurch die Polizei Widerstandshandlungen leisten musste. Oder besser gesagt, die Dresden-Fans leisteten Widerstandshandlungen. Alle Polizistinnen wird bei einer Kontrolle von einem Auto verletzt. Das bestätigte die Polizei der WAZ. In der Arena sind, wie gesagt, noch mehrere Ordner von Dynamo verletzt worden. Die Polizei war ja auch mit einem Großaufgebot im Einsatz. Rund um die Schalke-Arena-Kreise ein Hubschrauber. Drei Wasserwerfer wurden in Stellung gebracht. Rund 1.500 Beamte waren im Einsatz. An der Arena hatte die Polizei alles abgeriegelt. Unterstützung von zehn kundigen Beamten aus Dresden war zudem auch noch vor Ort. Also, die brutalen Szenen, die man sicherlich erwarten konnte, gab es dann teilweise schon. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Natürlich auch gute Besserungen an Ordner plus Polizei. In dem Sinne, macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.